Ich habe auch zwischendurch mit den Tränen ringen müssen, so ein bisschen und hatte so ein Kloß im Halt, da rollte man echt nur noch raus. Ich habe echt zwischendurch gedacht, mir klappen ja die Beine weg, das ist so, das spielt sich auch mental im Kopf alles ab, das was ich gesehen habe, war ja jetzt nicht schrecklich, aber es roch halt einfach nach absolut Leid und Tod. Die waren so abgeklärt, als wäre das das Normalste von der Welt, da zu arbeiten. Man war echt immer so kurz davor, jemanden zu fragen, wie kannst du hier arbeiten, wie kannst du hier arbeiten, wo ist dein Herz, ist das nicht mitgeliefert worden oder was. Das war's. 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 wir haben leute die fahren ohne ende ohne ende ich habe jetzt acht kombis die fahren würden so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja doch eine Stimme. Bis zum nächsten Mal.